da ACHTEN! AHHHHH! Lebst du noch? Ja. Gut. Du hast ja ganz schön gebrüllt. Ja, ich seh's. Ich hab hier wieder so'n dicken blauen Balken bei Order City. Wo ist der scheiß Zombie? Oh, da hör ich's nur noch zischen hinter mir, ey. AHHHHH! AHHHHH! Boah, Mann. Und das in meinem Alter, ey. Der war mies, ey. Der war echt mies. Ich guck noch so hinter dich, denk so, oh. Und da hat er schon gezischt. Ja, aber du hast nix gesagt, du Sack. Nein, ich hab Achtung gerufen. Ja, da war's aber eh schon zu spät. AHHHHH! Ich mach ihn tot. Ich mach ihn tot. Ich will nicht mehr. Soll ich vorgehen? Eigentlich musst du ja filmen. AHHHHH! 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 DEIN, BITCH! AHHHHH! Was ist das? Ich hab nur noch drei Herzen, du Sack. Ja, ich hab mehr. Du hast mich voll gehauen. Entschuldigung. AHHHHH! Oh Mann. Ich glaub zu zwei Mädchen auf Viecher, das geht jetzt nicht mehr. Weil wir haben's da. Ja, da tun wir uns nur selber weh. Oh, Spinne. Die krieg ich aber noch. Ey. Meine XP. Sack. Warte, ich trinke einen Schluck Tee. Ja, auf den Schock trinken wir erstmal was. Ich auch. Achso, hier steht übrigens, was das für Tee ist. Warte. Inka-Tee. Oh. Guck mal, wir kriegen wieder Besuch. Was, wo, was? Ach, da hinten. Komm her. Ich glaub den Typen hast du gar nicht gemeint. Nee, den hab ich auch nicht gemeint. Das neuer Rekord, oder? Zweimal in einer Aufnahme. Wahrscheinlich sterb ich jetzt noch beim Zeug einsammeln. Alter, ist das hier hässlich jetzt. Alles gelöchert und so. Ach, ich respawn mal. Ach, immerhin sind wir jetzt in der Bude hier im Turm. Aber es ist dunkel draußen. Ich kann nix mehr aufsammeln. Mein Inventar ist voll. Oh, dann schmach deinen Bogen. Schmeiß irgendwas Unnützes weg. Ja, mir scheißegal. Irgend so unnützen Kram von mir musst du auch nicht mitnehmen. Aber den Bogen hätt ich schon gern wieder. Ja, warte mal. Ich hab grad Angst, weil hier voll, äh, hier Spinnenfäden und alles. Ja, ich hab jetzt so ein bisschen so ein Problem. Es ist draußen dunkel. Ich, ich... Ah! 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 Was ist jetzt los? Hier ist grad wieder was in die Luft geflogen. Ja, hier läuft ein Creeper vorm Haus rum. Oh, alter Faller. Scheiße. Da sind zwei Creeper. Oh, da liegt doch die ganze Kohle rum. Drei Creeper, drei Zombies, vier Zombies. Vier Creeper. Alter. Hier ist auch kein Safe-Spot oder so. Sehr furchtbar. Ich glaub ich bombe jetzt hier erstmal ein Safe-House. Das kann ja nicht angehen. Ich überleg, ob ich... Ich überleg grad, ob ich es schaff einfach hier jetzt loszurennen und hinten in das Loch zu springen und dann zu dir zu laufen. Aber wenn mich dann irgendwas angreift, hab ich nichts zur verteidigung. Nein! Hier fällt die ganze Zeit was runter! Ah! Nein! 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 Ich will nicht mehr! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Scheiße! Ah! Nein! Ich hab die Fackel kaputt gemacht! Nein! Ah! Boah! Es sind 5000 Spinnen über mir oder was? Okay, pass auf. Ich bin jetzt mutig. Ich hab... Warte... Na? So. Ich hab hier Eisen und so aus dem Ofen geholt. Es ist mein Inventar leer. Wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. Ich renne jetzt einfach durch die Nacht und guck, ob ich ankomme. Ah! Ah! Da ist schon der nächste Creeper, ey. Zum Glück hab ich ihn gesehen. Ah! Ich nimm doch das Schwert, du Penner! Nooo! Er macht wieder alles kaputt! Er macht wieder alles kaputt! Ah! Der Freista! So, wo war dieses Loch da vorne denn? Hier in dem Areal sind schon 5 Creeper oder so explodiert. Nur mal so. Meine Fackel ist schon wieder kaputt. Bombenkrater. So, ich bin jetzt hier unten reingehüpft. Und ich seh' dein Namensschild. Bleib mal da, wo du bist. Ja. Ich bleib... Ich bin auch da, wo ich bin. Ah! Alter! Ah! Scheiße! Ich bin ein Loch gefallen und hab nix zum hochbauen. Du... Wo bist du? Dein Namensschild ist weg. Ach, da. Hallo. Hast du zwei Türen oder sowas? Ich hab überhaupt nix da drüben. Wo drüben? Draußen liegt noch was. Geh raus und stirb. Ja! Haha! Ich sterb nicht. Ich sterb nicht. Ich bin nicht so'n Kacktun wie du. Und sterb dauernd. So, wow. Jetzt hab ich Kohle und Lapis und weißt du... Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Hilfe! Ah! Geh weg. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Komm jetzt hoch! Ja, da bist du! Alte! Da kommt schon die nächste! Ja, gib mir mal ein Schwert oder so! Ich hab nix! Wo ist er denn? Da ist ein Zombie! Hilfe! Ah! Gib mir mal ein Schwert! Ich hab nix! Ja, dann gib mir Holz und Eis! Ich hab nix! Ah ja, danke. Das ist fast kaputt. Es reicht zu beurteidigen. Ich will doch nur zwei Türen bauen. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Geh weg. Alter. Alter, ey. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, ich hab Sprengpulver. Das hätten wir bei mir aufnehmen müssen. Ey, echt mal. Ohne Scheiß. Da hab ich mir wirklich fast in die Hose gemacht. Ja, man hat's gehört. Ich stand oben auf dem Turm und du hast die ganze Zeit rumgebrüllt. Dein Männchen spuckt Dinge raus. Ja, das kannst du jetzt alles haben. Sehr gut. Boah, da ist aber auch Mordsparty da draußen. Hey, da. Spinne. Ist die ganze Zeit am rumkreischen. Ah ja, hier hat er noch deine Fackeln. Ha, danke. Ja, gut. Ich denke da... Ach nee, kriegst du noch den da. Ja, danke. Das langt ja schon. So. Ja, gehen wir raus und metzeln. Weil im Moment ist es hier... Ja, hast du Holz, um ne Kiste zu bauen? Weil ich würd gerne ein bisschen Kram hier lassen. Ja, ich brauch ne Kiste. Ich hab'n Haufen Kohle vor allen Dingen. Wie da draußen einfach die runterfallen und das weiß ich nicht alles. Das ist ja krass. Ich hab hier nix zum Ablegen. Oh doch. Ähm. Ach nicht, komm. Also, ich hab' Werner, ich hab' so viel Eisen. So. Brauch' nicht, brauch' nicht, brauch' nicht, brauch' nicht, brauch' nicht, brauch' nicht, brauch' nicht. Brauch' nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Zack, zack, zack. Das drinsteßen. Äh, ja, was zu essen ist nicht schlecht gut, was zu essen da. So. Boah. Alter, es nervt grad voll ab. Es sind bestimmt 10.000 Spinnen oder so. Ich glaub, wir gehen einfach hier drüben raus. Achso, hab ich Eisen, weil dann mach ich mir noch ein neues Schwert. In der Kiste ist Eisen. Ja, aber da ist kein Holz. Und ich hab keins. Achso, dann gebe ich hier sowas. Danke. Ah. Ah, Gott, ey. Ich bin immer noch voll geschwitzt von eben gerade, ey. Ein Ausbruch. Schweißausbruch ohne Ende. Krass, gell? Superbrutal, aber superbrutal. Okay, du bist am Hacken. Ja. Geh, funktioniert, oder? Ja, geht. Aua, ja, ich merk's. So, okay, gehen wir hier raus, oder was? Ja. Ich mach die Tür zu. Ja, und dann gehen wir nämlich hier rum. Und fallen denen von hinten in den Rücken. Ja, genau. Mensch, strategische... Was, eine Finte? Oh, da ist eine Spinne da unten. Da ist ein Creeper. Wo ist ein Creeper? Da unten, da unten. Hier, da, da. Ah. Wo, ach da. Kabumm. Ja, mach halt bumm, du Idiot. Oh, ich hab ihn umgebracht. Er ist tot. Ohne zu explodieren. Das sieht ja voll hässlich aus hier. Wer baut denn so einen Scheiß? Ja, weiß auch nicht. Da hat sich der Map-Generator ausgetobt. Ach, du heilige. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da, da, da runter wollen wir nicht. Warum wollen wir da nicht runter? Guck mal da rein. Ah, Spinne. Ich seh nix. Ich seh nix. Es ist dunkel. Oh, sei froh. Ja, geh mal da runter. Du kannst so bis hier hin laufen und dann ist Abgrund. Ah. Gut, dann machen wir uns hier... Da ist so ein großer Raum und so. Oh Gott, ist das hässlich. Was haben wir für eine hässliche Map hier? Ja, keine Ahnung. Ich mach hier erstmal ein bisschen mehr Platz. Ach, genau. Ne, ne, Dings hätt ich mir machen sollen, ne. Axt. Aus Bild. Ich guck, ob hier irgendwas kommt. Aber hier kann echt von allen Seiten... Alter. Verlachter. Das war nur die Axt. Wie viel hat's abgezogen? Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Musst du dir dein Netz angucken. Ach so. Sehr gut. Du musst dein eigenes Video auf YouTube angucken. Das ganze Elend nochmal. Ja, das sind ja nur die Views von uns eigentlich bis jetzt. Mehr kriegen wir ja auch nicht. Ja, uns mag ja keiner.